Siegel of Tiber. Ich übersetze und lese vor aus dem Post vom 6. April 2022. Dieses Portfolio erschien ursprünglich in einem Sprungpunkt 9.6. Da von 2732 bis 2736 ist die Belagerung von Tiber heute für den heroischen Kampf des UEE-Militärs in Erinnerung, um Van Duol von der Überholung des Systems zu halten. Und als längste nicht gebrochenes Kampfeingagement zwischen den beiden Kräften bis zu diesem Punkt. Obwohl Tiber irgendwann an die Van Duol-Invasoren fällt, berücksichtigt das UEE-Militär die Kampagne nicht den vollständigen Verlust. In diesen vier langen, blutigen jahrelangen, blutigen Jahren der Humanity-Strategien und Taktiken wurde zuerst eine Menge der gesammelten Kenntnisse der Menschen in der Menschheit gelernt. Viele berücksichtigen der ersten Kontakt der Menschheit mit dem Van Duol, der in 2681 aufgetreten ist, als die Ansiedlung der Amity-Morion-System angegriffen wurde, ein Auftakt für die sporadischen Angriffe, die in den folgenden Jahrzehnten folgten. Die kombinierte Kürze und der Wildheit dieser Angriffe verhinderten häufig, dass das UEE endgültige Intelligenz über den Van Duol sammelte, aber 2688, der renommierte Anthropologe Dr. Alu Gailes, veröffentlichte eine bahnbrechende Studie über die soziale Dynamik von Van Duol mit dem Titel Clan Theory. Dr. Gailes stellte auf, dass die Van Duol-Kräfte nicht unter einer konventionellen Regierung organisiert wurden, sondern bestand aus Clans verschiedener Größen und Stärken, die von den Markierungen auf ihren Schiffen identifiziert werden konnten. Diese Clans betrieben normalerweise unabhängig voneinander, würden jedoch gelegentlich zusammenarbeiten, wie während des koordinierten Angriffs auf Orion im 2712, das letztendlich die Menschheit vom System geschoben hat. Nach der Niederlage fielen UEE-Kräfte wieder auf Tiber, um eine sekundäre Verteidigungslinie vorzubereiten, aber der Van Duol folgte nicht. Stattdessen blieben sie in Orion und ernten das System für Ressourcen. Die UEE Navy verstärkte den Kräften in Tiber und beobachtete den Sprung nach Orion, sicher, dass ein Angriff unmittelbar bevorsteht. Einige Militärhistoriker haben sogar behauptet, dass die Marine mehrere klassifizierte Experimente durchführte, die den Tiber-Urion-Sprung nicht zusammenbrachen. Am 4. Februar 2726 wurde dann ein Van Duol-Lichtkämpfer, Militärbezeichnung bläht, im System entdeckt. Navy-Kräfte raselte sich, um den Kämpfer zu enthalten, aber es verschwand letztendlich. Bald danach erschien Van Duol in zunehmenden Zahlen. Bis Ende des Jahres passierten kleine Clan-Razzien mit unregelmäßiger Häufigkeit, bähnlich den Anschlägen auf Orion, oft Monate Monate ohne Vorfall bestanden. Dieses Engagement-Muster dauerte bis zum 19. April 2732, als ein großer Van Duol-Clan mit Tiber betrat und UEE-Truppen griff, überwachte den unmittelbaren Bereich um den Sprung. Wenn kleinere Clans eng zurückgeblieben und dem Kampf schloss, flohen die UEE-Kräfte und die Abgriffssteuerung des Tiber-Urion-Sprungpunkts auf den Van Duol. Die Belagerung von Tiber hatte offiziell begonnen. Flotte in der High Command zugewiesene Grand Admiral Teska Halimiade die uneinreichbare Aufgabe, den Van Duol aus Tiber zu veräußern. Während Halimiade so viel wusste, wusste, ob nicht mehr, über den Van Duol, als jeder andere in der Marine, dank seines eingehenden Studiums von akademischen Papieren und After-Action-Berichten, wurde er immer noch als umstrittene Wahl, um die Kampagne zu führen. Sein umfangreiches Wissen wurde weithin angesehen, aber Kritiker zeichnete den Grand Admiral Halimiade als Klassenzimmer, der dieses Wissen nicht durch Kampferlebnisse erholt hatte. Grand Admiral Halimiade verdoppelte sich erstmals die Anzahl der Truppen, die die Sprünge nach Virgil und Oberon bewachten. Dann legte er sein Schiff, UEEs Aquilon, auf der größten Werft des Systems, in der Ansiene des Systems, um den Sprung nach Virgil zu verteidigen. Er hielt in strategischen Weltraumstationen über Tiber angestoßene Kapitalschiffe, während kleinere Flotten als lose Guerilla-Einheiten patrillten. Diese Patrouillen erhielten spezifische Anweisungen, wann und wann sie sich in den Van Duol-Kräften fliehen. Die Regeln des Engagements variierten stark von der Gewaltgröße und des Ziels, aber in der Praxis hat die Politik in der Regel nur angerichtet, dass die Marine Kraft überlegene Zahlen hatte. Grand Admiral Halimiade als Run, keine Waffe verteilt, verteidigte Grand Admiral Halimiade seine Position, indem er behauptete, er rettete Piloten, indem er sie auf Verpflichtungen drückte, die sie zu gewinnen konnten. Diese vorsichtige Verlobungsstrategie erlaubte dem Van Duol, sich langsam im System zu erweitern. Bis Mitte des 2733 war Tiber 2 mit verschiedenen Clans, um Raumstationen und etablierte Außenposten zu steuern. Die meisten UPA-Hauptkapitalschiffe blieben jedoch in gut verteidigten Weltraumstationen an und zogen intensiver Kritik an anderen Generälen, die das Gefühl hatten, dass der Van Duol im System verschanzt war. Nur in Privat, hatte Grand Admiral Halimiade an seine Berater offenbart, warum er seine vollen Streitkräfte nicht gegen den Van Duol begehen würde, er hielt eine Hoffnung, dass Diplomatie da weg war, den Krieg zu beenden. Was ich brauche, ist Intelligenz und Zeit, um herauszufinden, wie er sie erreichen kann, Van Duol, schrieb er ein Vertrauter. Wenn wir uns vollständig zum Krieg verpflichten, ist der Gesamtkrieg der einzige Weg. Anfang 2734 begann der Van Duol an Tiber 2 aggressiver. Witz auf Van Duol Harvester, die durch Tiber 2 kauen, machten es zum Spektrum und sorgten auf Frührung des Reiches. Die Erkenntnis, dass ihr gesamtes Griff des Systems rutschte, reagierte Grand Admiral Halimiade, indem er endlich den Austragungsvorgang und ein großes Kontingent von UEE-Truppen in der Nähe des Planeten eingesetzt hatte. Van Duol-Clans, klatschende Klamotten, die eifrig mit der großen Flotte eingriffen wurden. Diese linke Van Duol-Lager lässt sich leicht bewachten und ließen UEE-Strike-Teams, um Antennenbombards durchzuführen, die die meisten von ihnen zerstörten. Obwohl dies ein Sieg war, stellte sich auch eine Provokation heraus, die nicht unbeantwortet werden würde. Die Clans, die von den Luftbombardierungen verwüstet wurden, flohen das System, während andere ankamen, um zu fordern, was aufgegeben wurde. Dekassifizierte Nawal-Berichte deuten darauf hin, dass die Van Duol-Zahlen nach den Luftbombenbomben von Tiber 2 tatsächlich erhöht wurden. Grand Admiral Halimiade zerstreute seine Hauptschiffe, um den Erfolg zu wiederholen. Er würde Schiffe als Lockvögel verwenden, um Clans zu quüdern, um sie um das System zu jagen, während Strike-Teams-Treffer von der Ablenkung ausgesetzt waren. Intelligenz versammelte und Battle-Taktik, die zuerst in dieser Zeit getestet wurde, erhebliche das Verständnis des Militärs des Van Duolz. Die Marine hat sogar mehrere verlorene Weltraumstationen zurückgefordert, obwohl es sich als zu wenig erweisen würde, zu spät zu sein. Im November von 2735 erhielt die Nawal-Intelligenz ein Wort eines großen Van Duol-Clans in einem unerwarteten Teil des Systems. Grand Admiral Halimiade versammelte eine kleine Kraft um den U-Aquilon und ging die Situation persönlich. Er entdeckte, dass der Van Duol durch einen zuvor unbekannten Junkpunkt in den benannten Sinationsvektor gießte, direkt um das gleiche Bereich, dass das anfängliche Van Duol-Scout-Schiff vor Jahren verschwunden war. Momente nach dem Ankommen wurde das Recon-Team entdeckt und überfallen. Van Duol-Trux zerstörte den U-Aquilon und töteten alle an Bord einschließlich Halimiade. Die wenigen überlebenden Schiffe humpelten auf ins Anierne. Verlust Den Verlust des Grand Admiral Halimiade schickte den Navy's Crumbling und den Hochaufmann ernannten Admiral Miratriolo, einem anhaltenden Kritiker von Halimiades gemessener Verlobungsstrategie, als der neue Kommandant in Tiber. Der neue Admiral konsolidierte ihre Kräfte in eine riesige Flotte, die den Van Duol direkt herausfordern sollte. Ihre erste große Begegnung resultierte zum Verlust von tausenden von Stammen und drei Hauptkursschiffen. Der Admiral Triolo konfrontierte den Van Duol weiterhin direkt, und in einem Schritt, der später viel Kontrolle zeichnen würde, bestellte die Umsteuerung von Verstärkungen von Virgil, um ihre Straftat zu stärken. Im 2736 würde der Krieg für Tiber eine Fieberabsicht erreichen. Imperator Galormesser 9 bestellte persönlich eine massive Kampagne des Antennenbombardements auf Tiber 2, davon überzeugt, dass die Kontrolle des Planeten die Fähigkeit des Van Duols einschränken würde, ihre Kriegsmaschinen wieder aufzunehmen. Stattdessen drehte es den Planeten in ein Ökland und verdiente es dem Epitaph Grab. Dann kam am 29. Dezember 2736 eine Van Duol-Kapitalklasse-Kingship von Orion an. Als einer der größten und ältesten Clans, die vom Militär dokumentiert waren, führte die Kingship einen Angriff auf das Insanin. Trotz eines tapferen Widerstands ging die Hälfte aller Nähen wie Kräfte in der System während der Schlacht verloren. Mit der geschädigten Nawal-Linie und deren Schiffe geleitet wurden Admiral Triolo-Kräfte, um nach Virgil zurückzukommen. Admiral Triolo nahm an, dass der Van Duol in Tiber bleiben würde, um das System zu zerreißen, wie sie in Orion taten, aber der Van Duol folgte stattdessen. Sie übernahmen die Kontrolle über den Tiber-Virgil-Sprungpunkt und sendete Scouts über das System. Nur wenige Tage später am 2. Januar 2737, der in Virgil in Van Duol-Flotte gestoßen war. Admiral Triolo konnte seinen Fortschritt verlangsamen und kaufte kostbare Zeit, um den Rückzugsort von über einer Million Flüchtlinge zu kauften, aber Virgil fiel bald. Die Belagerung von Tiber kann am besten als fehlgeschlagene militärische Kampagne erinnert sein, um das System zu retten, aber viele betrachten es eine unschätzbare Zeit im Krieg gegen den Van Duol dank der während der Belagerung gelernten Liren, die noch heute gebraucht werden, Bildanhang, Groß, Spectrum, Handschriftlicher Anhang, mögliche Handschrift. Untertitelung des ZDF für funk, 2017